Ja, heute Donnerstag, 7.9.2013, melde ich mich aus der FDP-Geschäftsstelle in Marburg. Neben mir stellt Jörg Behlen. Hallo Jörg. Schönen guten Morgen. Danke für die Einladung zum Interview. Haben wir uns ja lange vorgenommen, jetzt klappt es endlich mal. Ja, freut mich auch. Es gibt auch jetzt mal einen aktuellen Anlass. Und zwar hast du deine Bereitschaft erklärt, zu kandidieren auf dem FDP-Bundesparteitag für den Bundesvorsitz. Und deswegen bin ich gekommen und möchte dich dazu heute mal ein bisschen interviewen. Ja, in der Tat. Das habe ich, um gegen Herrn Lindner anzutreten. Jörg, du bist auf Facebook im Internet sehr aktiv. Da kennen dich viele von dem, was du schreibst. Da bist du auch manchmal so ein liberaler Poltergeist. Und manche denken, der Jörg Behlen, das ist so ein ganz, ganz schlimmer. Und da sage ich immer, das ist gar kein ganz schlimmer. Das ist ein ganz lieber. Wir kennen uns ja von zwei Veranstaltungen, die wir gemeinsam gemacht haben. Erzähl doch mal so ein bisschen, wer du bist, damit die Leute dich mal kennenlernen können. Ja, also zunächst, so lieb bin ich auch nicht, weil wenn man zu lieb in der Politik ist, dann wird man nicht ernst genommen. Ich heiße Jörg Behlen, bin 45 Jahre alt, bin verheiratet seit zehn Jahren, habe zwei kleine Töchter, Viktoria und Annika, im Alter von vier und einem Jahr. Bin beruflich als Landwirt seit 1995 selbstständig, habe vorher eine Lehre als Landwirt, eine Ausbildung zum Reserveoffizier und anschließend in Gießen ganz in der Nähe Agrarwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften studiert und als Diplom Agraringenieur abgeschlossen. Das so in Kurzform mein Werdegang, mein Beruf und meine familiären Verhältnisse. FDP-Mitglied hier bist du auch seit wie vielen Jahren? Seit jetzt knapp zwölf Jahren, also seit 2002, Anfang 2002 bin ich in die FDP eingetreten. Und jetzt hier Kreisvorsitzender im Kreisverband Marburg-Biedenkopf? Ja, seit nunmehr vier Jahren. Ich hatte bereits als Bundestagskandidat 2009 für die FDP kandidiert, diesem sehr erfolgreichen, bundesweit sehr erfolgreichen Wahlkampf mit den 14,6 Prozent. Und wollte eigentlich im letzten Wahlkampf in diesem nicht antreten als Kandidat und bin leider für unsere sehr talentierte, aber schwer erkrankte Direktkandidatin Eva Schabatke dann eingesprungen. In der liberalen Jugendarbeit, hier sprich liberale Hochschulgruppen, bist du auch tätig. Das habe ich erlebt auf der ersten Veranstaltung, als wir uns kennengelernt haben zum Thema Ist der Euro noch zu retten? Da war der Frank Schäffler hier auf Einladung von dir. War eine auch sehr interessante Veranstaltung, war ja ein Makroökonom dabei, war also auch einen wissenschaftlichen Anspruch. Sehr konträres Thema, aber sehr offene Diskussion ist mir aufgefallen, weil auch damals ein großes Interesse, 150, 200 Leute ungefähr waren da. Also ich war selber sehr erstaunt, es ist ja heute wirklich schwierig, so auf Kreisebene so viele Leute zusammen zu bekommen. Also da diskutierst du gerne kontrovers, aber doch fair. So habe ich dich kennengelernt. Naja, das mit der Fairness, das müssen andere beurteilen. Das ist immer schwer über sich selbst zu sagen. Als Kreisvorsitzender und auch im Umgang mit anderen bin ich jedenfalls, was die Fairness in der Struktur nach unten angeht, sehr kritikfähig, menschlich glaube ich anständig. Wenn ich härter agiere, dann eher nach oben, denn nach unten. Ich habe als Kreisvorsitzender auch schon für ein Kommunalwahlprogramm eigene Programmpunkte, die ich eingebracht habe, verloren. Damit kann ich persönlich aber umgehen. Ich trenne da eine Führungsaufgabe, die ein Vorsitzender ausübt, von einer Inhaltsvorgabe. Also aus meiner Sicht ist der Kreisvorsitzende oder Vorsitzende einer Struktur der Repräsentant aller Mitglieder und nicht deren Vortänzer, nicht deren Heilsbringer, nicht deren Messias, sondern über die Inhalte entscheiden immer die Mitglieder auf Kreis, auf Bezirks, auf Landes- und auf Bundesebene. Und das hat der Vorsitzende möglichst sympathisch, möglichst umfassend den Menschen nahe zu bringen. Aber er ist nicht dafür da, jeden einzelnen Programmpunkt vorzugeben und dann zu verlangen, dass die Struktur ihm folgen muss. Also zu dieser offenen Diskussion fällt mir gerade noch so ein Begriff ein, den wir eben mal in unserem kurzen Vorgespräch hatten, wofür du plädierst. Herrschaftsfreier Diskurs hast du das genannt. Ja, also das bezieht sich zum Beispiel auf den Ablauf von Bundesparteitagen. Also ein herrschaftsfreier Diskurs aus meiner Sicht würde eine Änderung der Satzung zum Beispiel verlangen, dass der Leitantrag des Bundesvorstandes sich auch dem Alex-Müller-Verfahren unterordnen muss. Ich bin nicht dagegen, dass der Bundesvorstand als Leitungsgremium keine Inhaltsanträge mehr einbringen darf. Das mache ich persönlich als Kreisvorsitzender oder wir als Kreispräsidium in unserem Kreisvorstandssitzung oder Kreismitgliederversammlung ebenfalls. Aber man muss sich natürlich der Frage stellen, ob die Mitglieder genau die gleichen Themenschwerpunkte diskutieren wollen. Wir nehmen jetzt den Leitantrag raus und sagen, der muss als Erster, da kann es einem passieren, je nachdem wie umfangreich er ist, dass er den ganzen Parteitag einnimmt. Da haben sich aber viele Mitglieder, die Anträge geschrieben haben, die im Alex-Müller-Verfahren vorne lagen, bemüht, Unterstützung zu finden für ihren Antrag in der Struktur geworben und fallen dann runter. Also den Alex-Müller-Vorschlag und das Verfahren, das kenne ich jetzt nicht. Kannst du das ganz, ganz kurz erklären? Ja, Alex Müller heißt, und das ist zufällig ein Mitglied aus Hessen, auch mehrmals schon Bundestagskandidat gewesen, im Rheingau-Taunus-Kreis, ein sehr sympathischer, sehr offener, sehr toleranter Mensch. Der hat ein Verfahren vorgeschlagen, das dann über die Julis auch in Landes- und Bundesverbände Einzug hielt. Und was das aus meiner Sicht liberalste Antragsverfahren aller etablierten Parteien ist, man bekommt eine Liste von allen Anträgen, die dann auch vom Präsidium zusammengelegt wurden, wenn die Themenschwerpunkte gleich sind, und kann dann mit Kreuzen die Gewichtung dieser Anträge. Dann wird ausgezählt und nach Zahl der Unterstützer eines Antrages werden die Themen, die Anträge abgearbeitet. Bisher ist der Leitantrag draußen, der muss sich diesem Votum der Delegierten nicht stellen. Aber herrschaftsfrei heißt, der Bundesvorstand hat nicht diese Art Sonderrechte, sondern er muss sich eben dieser kritischen Diskussion seiner Delegierten stellen. Und wenn er wesentliche Punkte anspricht, dann hat er auch nie ein Problem damit, dass seine Anträge, sein Leitantrag als erster verhandelt wird. Jetzt sind wir schon mitten in der zweiten großen Frage, die ich dir stellen wollte. Da haben wir schon die Überleitung eigentlich gefunden. Viele auf Facebook, die ich auch angesprochen habe, auf der Kandidatur, ich habe auch so ein bisschen Werbung gemacht für Unterschriften für dich, haben gesagt, ja, was will er denn jetzt nun anders machen? Wir haben vor zehn Tagen gut in Kassel so ein Treffen gehabt, das hat jetzt nichts mit einer Kandidatur zu tun, aber da waren immerhin dann doch sechs von sieben Leuten sofort bereit zu sagen, das ist eine gute Sache, die du machst, war so basisdemokratisch. Ich habe das dann in Facebook reingestellt, dann kam aber gleich Fragen, was will er denn eigentlich anders machen? Weil das ist einfach so ein Thema, du bist noch nicht so ganz bekannt, weil du noch nicht aus Film, Funken und Fernsehen bekannt bist, also noch nicht das Millionenpublikum. Also Jörg, was hast du vor, was schwebt dir vor, was möchtest du anders machen mit deiner Kandidatur? Also wofür stehst du? Also ich bin zunächst einmal nicht so radikal, wie das vielleicht aus meinen Online-Darstellungen der eine oder andere glauben mag. Ich respektiere die Meinung anderer, außer wenn sie elementar gegen unsere Grundsätze der liberalen Bewegung, der liberalen Partei in Deutschland verstoßen. Da gab es eben in letzter Zeit innerhalb der letzten vier Jahre doch eklatante Verstöße gegen liberales Denken, gegen liberale Grundsätze, was ändere ich? Wir haben die letzte Kreisvorsitzendenkonferenz im Herbst 2010 gehabt in Berlin und die war für die Parteispitze, um es milde zu formulieren, nicht ganz so, wie sich die Parteispitze das wünschte. Bei mir werden Kreisvorsitzendenkonferenzen regelmäßiger wieder eingeführt. Wir hatten seit drei Jahren keine. Wir haben aber im nächsten Jahr elf Kommunalwahlen. Und Kommunalwahlen sind, ich bin ja auch Kreisvorsitzender, bin Mitglied des Kreistages hier im Landkreis, sind für die Aufstellung der FDP von essentieller Bedeutung viel wesentlicher als zum Beispiel die EU-Wahl. Ob wir jetzt drei, fünf oder zehn EU-Abgeordnete haben, da spielt für die innere Verfassung, für die Funktionsfähigkeit der Struktur, wirklich keine überragende Bedeutung. Während wir Abertausende Kommunalparlamentarier haben, die vor Ort bei Schwimmbädern, bei Stromnetzen, bei kommunaler Daseinsvorsorge kritisch-rational diesen Prozess begleiten, kritische Fragen stellen und für das Wiederfinden jedes einzelnen Mitgliedes ganz wesentlich sind. Und davon haben wir nächstes Jahr elf Kommunalwahlen, davon zehn am Tag der EU-Wahl. Und das ist die Hauptstoßrichtung, deswegen in der Organisationsfrage im Januar wäre mein Vorschlag, machen wir eine Klausurtagung aller Kreisvorsitzenden, auch nicht zwingend in Berlin. Das liegt nun mal nicht in der geografischen Mitte. Wir machen auch keine öffentliche Veranstaltung draus, damit man nicht bejubelt oder irgendjemand anderen bejubelt, wenn ich nicht gewinnen würde, sondern wir machen eine interne Klausur und bereiten uns auf elf Kommunalwahlen des nächsten Jahres vor. Das ist für die Kampagnenfähigkeit der FDP von überragender Bedeutung. Und das wird auch mein Hauptaugenmerk sein, meine Kollegen, die ebenfalls Kreisvorsitzende sind, zu motivieren, in die Partei hineinzuhören. Und das nicht als öffentlich wirksame Veranstaltung, dass man mir zujubelt oder einem meiner Mitbewerber, sondern dass man kritisch aufarbeitet und Themenschwerpunkte bespricht, sich austauscht, die Partei besser vernetzt zueinander und deswegen diese Klausur. Ja, kommt da die FDP überhaupt drum herum? Also ich habe das auch schon mal angemerkt. Es wird ja immer jetzt über einen inhaltlichen Neustart oder einen personellen Neustart geredet. Ich habe gesagt, was ist denn eigentlich mit dem organisatorischen Neustart? Es fällt ja in Berlin immerhin ein Apparat weg von 93 Abgeordneten mit rund 500 Mitarbeitern. Also viel bezahlter Parteiapparat. Wird da nicht die Basis in Zukunft für den Neustart insgesamt wesentlich wichtiger, sowieso wesentlich wichtiger? Naja, die FDP, wir haben immer in unseren Sonntagsreden das bürgerschaftliche, ehrenamtliche Engagement der Gesellschaft, das zivilgesellschaftliche Engagement gefordert. Jetzt ohne Fraktion, ohne Fraktionsgelder, mit weniger Wahlkampfkostenerstattung aufgrund der erheblich gesunkenen Zustimmung der Wähler, müssen wir jetzt beweisen, ob das, was wir in unseren Sonntagsreden von der Zivilgesellschaft fordern, ob unsere Mitglieder dieses zivilgesellschaftliche Engagement eben aufbringen. Wir können keine Fraktionsempfänge mehr machen, uns auf Staatskosten sozusagen mal einen schönen Abend bereiten mit einem schönen Buffet. Jetzt ist unsere Partei gefordert, über Mitgliedsbeiträge, persönliche Aufopferung, Bekenntnis und Mut, das unter Überweis zu stellen, dass wir das leisten können. Da gibt es einige, die von dieser Struktur bisher gelebt haben oder in dieser Struktur fest verhaftet waren, die davor Angst haben, die das auch nicht glauben, dass wir das schaffen. Da ich Bestandteil dieser Struktur bin und das ehrenamtliche Engagement meiner Kollegen kenne, von Menschen, die dreimal die Woche auf Ausschusssitzungen gehen für 15 Euro im Monat in einem Gemeindeparlament, kenne ich die Aufopferungsbereitschaft, das Wissen vor Ort und das werden wir eben viel stärker mit mir transportieren als mit jedem anderen. Hat diese Notwendigkeit, die Basis da jetzt zu stärken, in den Vordergrund zu bringen, auch was zu tun mit dem Verfahren, mit dem du dich jetzt bewirbst, durch das du nominiert werden möchtest? Das ist ja neu. Du lässt dich ja nicht vom Bundesvorstand oder von Parteilandesvorständen vorschlagen, sondern du möchtest, das ist deine Absicht, dieses neue Verfahren nutzen, was es jetzt seit 2013, seit Mai 2013 gibt und sammelst da 250 Unterschriften von Mitgliedern der Parteibasis. Steht das Zeichen jetzt im Zusammenhang mit dieser Zielrichtung, die Parteibasis stärker zu aktivieren? Ja, also zunächst einmal, ich hatte meine Kandidatur beabsichtigt und auch innerhalb des Kreisverbandes kommuniziert, ohne die Satzung zu kennen und ohne mich mit der Frage zu beschäftigen, wer nominiert mich? Also es gibt zig verschiedene Möglichkeiten laut Satzung, laut Paragraf 11. Ich hätte also über drei Kreisvorstände mich nominieren lassen können. Ein Bezirksvorstand, ein Landesvorstand, Bundesvorstand, dann haben auch Vorschlagsrechte die Julis, die liberalen Senioren, LV NET und so weiter. Und dann hatten wir eine offene Diskussion im Kreisvorstand am 9. Oktober und nicht jedes Mitglied ist begeistert. Wir sagen ja manche, bist du verrückt geworden? Das ist eine zulässige Meinungsäußerung aus meiner Sicht. Erstens wirst du das nie und da sage ich, das werden wir mal sehen am 8. oder 7. und 8. Dezember in Berlin. Und zum Zweiten kam dann die kritische Frage auf, ja Mensch, wenn du dich jetzt sozusagen von herausgehobenen Mitgliedern nominieren lässt, die in einem repräsentativen Schritt gewählt wurden, Kreisvorstände, Bezirksvorstände etc. Du aber selbst sagst, du bist Mitglied der Basis oder 25 Bundesdelegierte wären gegangen. Was ist denn das für ein Zeichen? Du nutzt sozusagen herausgehobene Stellungen, sind notwendig in der Parteiorganisation und die brauchst du. Du verlässt dich also auf das repräsentative, mehrstufige System und willst dann kandidieren. Wir sind der Meinung, wenn du diese Kandidatur aufrechterhältst, dann bitte geh den erheblich schwierigeren Weg über 250 Mitglieder. Den Vorschlag hatte, das muss man auch hier sagen, Hanke Bokelmann, ein toller Typ, sehr innovativ, layoutet auch unsere Flyer seit Jahren in meinem Kreisverband. Der brachte diesen Vorschlag und ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass das ginge und dachte mir dann, ja gut, also dann müssen eben 250 Mitglieder minimum aktiv werden, also die müssen unterschreiben. Die müssen sich dafür einsetzen, dass es einen zweiten Kandidat gibt. Und wenn ich die Unterschriften nicht zusammenbekomme, dann würde man nach der normalen Lesart der Politik sagen, ja da ist er gescheitert, ich sehe das völlig anders. Bekäme ich oder bekomme ich die Unterschriften nicht zusammen, dann habe ich nicht genügend Rückhalt, nicht genügend Leute, die aktiv werden, auch wenn sie nur einen Zettel ausdrucken und es dann mailen können oder faxen, dann habe ich eben nicht genügend gefunden. Und wenn die Basis sagt, wir sind damit einverstanden, dass es nur Herrn Lindner gibt, dass die das da oben 18 Stunden nach dem Schließen der Wahllokale schon verhackstücken, ausküngeln und sich einer bereitstellt, wenn sie damit zufrieden sind, dann bin ich der Letzte, der nicht damit leben könnte. Ja, das ist ja klar. Also ich meine, gewählt wird ja dann durch die Delegierten des Bundesparteitags. Die 250 Stimmen sind ja erstmal dafür da, Unterschriften, dass du überhaupt eben deine Kandidatur da zugelassen wird. Zu den Widerständen, die du da bekommen hast, das ist mir wohl sehr verständlich. Irgendwie am 22. ist die FDP rausgeflogen mit 4,8 Prozent. Das war für viele ein Schock. Viele haben gedacht, na die rutscht mit 6, 7 Prozent irgendwie wieder rein. Ich persönlich auch. Ich habe es auch selbst gedacht, dann 4,8 Prozent. Dann am Montag nach der Wahl diese schnelle Kandidatur vom Christian Lindner. Auf der einen Seite, ja, schön, dass er seine Bereitschaft zeigt. Auf der anderen Seite hat man auch vielleicht, hat der eine oder andere gedacht, na, hätte er jetzt nicht noch ein bisschen Anstand wahren können, Abstandszeit irgendwie zu warten, wie sich die anderen melden. Aber immerhin, als Kronprinz wurde ja schon gehandelt. Da kann ich mir vorstellen, dass sehr viele Widerstand geben gegen deine Kandidatur, weil sie sagen, ja, das stört doch jetzt, eigentlich, wir müssen jetzt zusammenhalten. Du kannst ihn da doch nicht so verletzen. Andere sagen wieder, ja, was der Bählen macht, ist eine Spaßkandidatur. Also jetzt mal ganz offen hier unter uns. Also hast du so viel Mut oder bist du verrückt? Wenn man das immer im Detail unterscheiden könnte und auch da gilt, das habe nicht ich zu beurteilen, sondern Dritte, die sich ein Bild darüber machen. Ich glaube, wenn wir uns beiden die Zeit nehmen, du die Fahrt aus Kassel auf dich nimmst und wir uns ernsthaft über mich als Person, meine Ausrichtung, meine Gedanken und Ziele und Wünsche für die FDP unterhalten, dann würde ich meinen, es ist ein klares Indiz dafür, dass ich es ernst meine. Ich war am letzten Wochenende schon auf dem Bundeskongress der Julis, habe dort mit Herrn Lindner und dem dritten Kandidaten Götz Galuba diskutiert. Dann würde ich das ja nicht machen. Also wenn das Spaß wäre, dann würde ich nicht die Kilometer auf, eigene Kosten schuppen, Hotelzimmer buchen und so weiter. Dann würde das gar nicht stattfinden. Ich habe mich in der Erde beworben, obwohl ich die formalen Zugangsvoraussetzungen noch nicht erfüllt hatte. Da bedanke ich mich auch bei der Bundesgeschäftsstelle, Herrn Paschedag, dem Geschäftsführer, dass die Fairness gewahrt wurde, mir gegenüber und auch anderen. Also das spricht schon alles dafür, dass das eine sehr ernste meinte und ich übrigens auch Bundesvorsitzender werden will. Also ich kandidiere für nichts, was ich nicht werden möchte. Also sonst könnte man sich sparen. Also nur da eine Show abziehen, 20 Minuten mal reden dürfen, das ist nicht die Zielrichtung. Also du willst dir ganz ernst gemeinten Impuls in den Raum setzen. Ich habe dich, du hast es ja eben auch verraten, vorher schon am Telefon gefragt, meinst du das ernst oder bist du verrückt? Das habe ich ja schon zweimal gefragt, eben sogar nochmal vorher. Nein, er meint es also wirklich ernst, er will wirklich kandidieren. Und dann habe ich, ob das auf die Menschen jetzt besser wirkt, nur weil ich es ernst meine. Und die Frage hatte ich auch schon in Interviews für andere, ob ich mir denn wirklich ernsthaft Aussichten mache oder Hoffnung mache, dass ich es werden kann. Da würde ich mal unsere zehn Jahre Oppositionszeit oder die Geschichte der FDP seit 1870 und unsere liberalen Vorläufer, diejenigen in unserer Partei und unseren Vorläufern, die 1870 gegen die Getreidezölle, gegen Bismarck und die und andere gekämpft haben, die hatten ja auch nicht die Hoffnung, dass sie die Abstimmung gewinnen. Wir werden morgen hier im Kreistag den Rückkauf der E.ON-Netze in kommunaler Hand des Landkreises verabschieden mit einem Kostenvolumen von 47 Millionen für meinen Landkreis. Wir sind 81 Abgeordnete, zwei FDP-Abgeordnete. Ja, was würde das für unsere politische Arbeit bedeuten? Wir werden natürlich dagegen stimmen mit sehr guten sachlichen Argumenten. Wir machen uns aber keine Hoffnung als zwei Abgeordnete des Kreistages, dass wir die Abstimmung gewinnen. Und wenn ich diesen Anspruch habe, kritisch-rational mit der Verfassung meiner Partei, mit Inhalten im Kreistag zu argumentieren, dann ist die Sache der Liberalen nicht, der Mehrheitsmeinung zu folgen. Die Mehrheit ist auch für Mietpreisbremsen, einen gesetzlichen bundesweiten Mindestlohn. Das kann nie Richtschnur einer liberalen Partei sein. Und genau so heißt das für mich. Es ist gar nicht Richtschnur meines Handelns, mich zu fragen, mit wie vielen Prozenten ich da nach Hause gehe. Sondern entweder ich entschließe mich zu diesem Schritt, auch mit meiner Frau abgestimmt, auch wenn nicht unter Begeisterungsstürmen, das ist klar, das dann eben zu machen. Also es ist eine ernsthafte Kandidatur. Jetzt habe ich Folgendes auch schon mal eben angesprochen. Also es gibt zwar nur einen Vorsitzenden im Bundesvorstand, aber es gibt 54 Mitglieder im Bundesvorstand. Und der ganze Bundesvorstand wird ja neu gewählt. Du hast auch Unterschriften gesammelt für deine Kandidatur im Bundesvorstand, wenn es nicht der erste Vorsitz wird, den du erringen kannst. Hast mir aber eben gesagt, naja, das kommt auf das Ergebnis an. Also wenn ich jetzt ein Ergebnis habe, mit dem ich mich da gar nicht sehen lassen kann, bei der Kandidatur um den Bundesvorsitz, also den ersten Bundesvorsitz, dann möchte ich auch nicht in den Bundesvorstand. Genau. Da stehst du zu. Ja, selbstverständlich. Also das hängt ganz stark von dem Ergebnis im ersten Wahlgang zwischen Herrn Galuba, Herrn Lindner und mir. Da verhängt es ab. Und sollte das Ergebnis, sagen wir mal, wie hat Oliver Stierbock auch ein altgedienter Liberaler letztens geschrieben, also wenn das Ergebnis sozusagen ein Waterloo ist, es eine sehr hohe Zustimmung zu Herrn Lindner gibt und niemand mir folgt, also niemand in einem wesentlichen Maßstab anstimmen, wieso sollte ich dann für den Bundesvorstand kandidieren? Das gibt gar keinen Sinn. Gleichwohl habe ich mir diese Möglichkeit offen gehalten. In den Formularen konnte man ja auch getrennt voneinander dafür unterschreiben. Das haben auch viele Mitglieder genauso gemacht. Die haben entweder nur für das eine oder das andere oder beides unterzeichnet. Das war mir wichtig, dass man nicht alles in einem unterzeichnet, sondern dass man die Wahlmöglichkeit hat, zu sagen, wenn er kandidiert, dann bitte nur für den Bundesvorsitz oder wenn er kandidiert, nur für den Bundesvorstand. Das ist mir wichtig, dass diese Wahlfreiheit jedes Mitglied in seiner Unterschrift auch leisten darf. So, also, jetzt haben wir, was du anders machen möchtest, andere Diskussionskultur, andere Parteikultur, stärkere Betönung der Basis. Was sind die nächsten wichtigen Punkte? Kannst du da noch was aufzählen? Also, ich stehe natürlich auch für Programmatik, die sich doch deutlich von dem bisherigen Kurs unterscheidet und die sich insbesondere in der Analyse dieser Wahlniederlage, dieses Desasters, das es seit 1870 nicht gegeben hat, für eine liberale Partei in Deutschland oder der Weimarer Republik oder dem Kaiserreich, das nämlich nicht unser Problem war, dass unser Versprechen 2009, dieser Steuersenkungswahlkampf, das Problem ist, sondern dass die maßgebliche Enttäuschung aus Stil des Auftretens einiger Führungspersönlichkeiten in unserer Partei ausschlag ist und dass wir die Versprechen eben nicht erfüllt haben. Und die Frage Euro-Zustimmung, ESM, auseinanderdriften auch von Freiheit und Verantwortung, von Verantwortung und Haftung, das hat bestimmt eine neue Gruppierung sozusagen hoffähig gemacht. Aber die größten Wählerwanderungen waren von enttäuschten Unionswählern, nämlich zwei Millionen und nicht Bewegungen zu neuen Gruppierungen. Wir hatten vielleicht aus Meinung vieler Unionswähler ein zu hohes Ergebnis. Das Wesen von Wahlen ist, dass sie geheim sind und niemand weiß, wie sein Nächster. Und das waren manche Unionsanhänger etwas überrascht, dass so viele genauso abgestimmt haben wie sie aus der Enttäuschung der Großen Koalition. Also das Ergebnis war aus Sicht der taktisch Wählenden etwas zu hoch. Dann haben wir uns auch nicht ganz bescheiden gezeigt. Nach der Wahl haben unsere Wünsche und die Bedenken der Union in den Koalitionsvertrag geschrieben. Das war auch keine Basis, wie wir ja dann kurz danach sahen. Und jetzt haben sich die Menschen, die uns vorher gewählt haben, in der gleichen Geschwindigkeit wieder von uns abgewandt. Jetzt bedauern es einige Unionswähler, weil sie auch nicht wollten, dass wir nicht mehr drin sind. Aber jeder stimmt für sich ab. Es ist ja nicht so, es treffen sich 100 Leute und wir legen fest, 30 wählen die, 40 wählen die und 20 wählen die. Das Kind ist in den Brunnen gefallen. Aber wir sehen ja jetzt schon die Große Koalition und die Schatten, die sie vorauswerfen, das werden wir wieder hinbekommen können. Das bedingt aber, dass wir uns bei den Wählern entschuldigen für die letzten vier Jahre, unsere Fehler Revue passieren lassen, um dann gleichzeitig auf dem Bundesparteitag am 8. Dezember das Signal zu geben, welche konkreten Änderungen wir vornehmen werden. Also wir müssen dieses extrem gestörte oder zerstörte Vertrauen wesentlicher Wählerschichten wieder zurückgewinnen. Und das können wir aus meiner Sicht, das ist der Grund meiner Kandidatur, mit einem radikalen, auch personell radikalen Neuanfang nur gewinnen. Das glaube ich, davon bin ich fest überzeugt. Ich möchte noch mal einhaken beim Thema ESM und die Diskussion darum. Da ist ja noch ein großartiger Nachhall in der FDP, der meines Erachtens jetzt im Augenblick auch gar nicht so wichtig ist, wie er genommen wird, weil die FDP wird ja jetzt erst mal auf absehbare Zeit keinem Rettungspaket mehr zustimmen im Bundestag. Aber warum kommt denn im Bundesrat? Ach so, im Bundesrat. Wir haben noch die Regierungsbeteiligung in Hessen und in Sachsen. In Hessen hatten wir ja auch ein nicht so erfreuliches Ergebnis. Aber da haben wir eben noch die Landesregierung aus FDP und Union in Sachsen und Hessen. Also der Bundesrat ist zustimmungspflichtig. Auch wenn wir nicht mehr so viele Länderregierungen haben, wie wir es vorher hatten. Gut, also über diesen kleinen Umweg Bundesrat da eben noch ein bisschen mit, aber nicht mehr so im Wesentlichen das Thema. Was in dieser ganzen Euro-Debatte eben aufkam, das Thema pro-europäisch, anti-europäisch. Und da gab es so eine Gleichsetzung, die aus meiner Sicht sehr unglücklich war. ESM-Kritiker wurden in die Richtung anti-europäisch gestellt. Was eigentlich zwei Paar Schuhe sind aus meiner Richtung. Aber jetzt frage ich dich, bist du anti-europäer? Ja, aber es wäre falsch, nicht zuzugeben, auch für mich persönlich, dass es andersrum nicht viel besser lief. Also während die einen sozusagen die Pro-ESM-Befürworter, die einen Nationalisten nannten, nannten die anderen EU-DSSR-Befürworter, Euro-Fanatiker, EU-Fanatiker, Großmachts-Fanatiker, da also die Beleidigungen, die Verletzungen, auch der unglückliche Umgang der damaligen Parteifürworter mit dem Mitgliederentscheid, den ich als Chance zu erkennen, hat innerparteilich Wunden hinterlassen, die aus meiner Sicht nicht auf beiden Seiten nicht geheilt sind. Das ist aber nicht die Trennlinie, die klug ist, für eine liberale Partei aufzumachen. Denn uns unterscheidet diejenigen, die gegen den ESM waren, vollkommen auch von neuen Gruppierungen, dass es sonst hier gar nicht um Nationales geht. Die Hauptzielrichtung ist, den ökonomischen Diskurs darüber zu führen, dass Griechenland eine Jugendarbeitslosigkeit von über 60 Prozent hat, eine Massenarbeitslosigkeit von 27 Prozent mit diesem bisherigen Kurs. Da kann man sagen, okay, die müssen diese enormen Härten des Niedergangs ihrer Volkswirtschaft hinnehmen, damit das große Ganze gewahrt bleibt, damit es keine Ansteckungsgefahren geht. Ich sage, da werden die falschen Menschen bestraft. Und ich bezweifle auch die Zielführung oder dass das Ziel und Mittel miteinander in Harmonie stehen. Ich sehe, dass die Eurozone weiter auseinanderdriftet. Das sieht der Chefberater von Herrn Schäuble vom Wissenschaftlichen Beirat des Finanzministeriums. Genauso hat sich in dieser Woche zu Wort gemeldet, hat gesagt, der Euro wird zerfallen und der Druck auf Deutschland wird zunehmen, die Eurozone zu verlassen, weil die Währung für die deutsche Exportwirtschaft zu schwach ist. Und der Druck wird von diesen Ländern ausgehen. Also es geht hier uns nicht, wie manche schreiben oder sagen, genug gezahlt, schützt den Deutschen. Das ist völliger Unsinn. Jeder Türke, jeder Italiener, jeder Grieche zahlt hier seine Steuern, arbeitet. Dieses nationale Element ist jedenfalls bei jemandem wie wir und vielen anderen überhaupt nicht vorhanden. Ich habe auch noch nie eine ausländerfeindliche, eine diskriminierende Äußerung, wie von vielen der AfD gehört. Da ist nur die Parteispitze vor solchen Anflügen gewahrt. In der Mitgliedschaft der AfD allerdings, das verfolge ich, gibt es sehr viele, die nah am Rassistischen agieren und posten, die früher Mitglieder der Freiheit und so weiter waren, die gegen den Islam insgesamt sind. Und solche Positionen werden in unserer FDP nie Platz finden. Jetzt noch mal für unsere Zuschauer zur Erinnerung. Bis zum 8. und 9. Mai 2010 galt nach den europäischen Verträgen zur Währungsunion dieses Bailout-Verbot, also diese Anti-Bailout-Klausel. Kein Land sollte für die Schulden eines anderen haften. Das stand so drin in den Verträgen. Das war die Regel. Und das war die Regel, die man übertreten musste, dachte, übertreten zu müssen. Und warum es ja auch im Wesentlichen diese Diskussion ging. Man sieht also schon daran, dass diejenigen, die eigentlich fordern, jedes Land soll wieder für seinen eigenen Haushalt verantwortlich sein, keine Anti-Europäer sind, sondern genauso europäisch wie alle anderen bis zum 8. Mai 2010. Ja, weil das war ja die Grundregel, die einfach wieder eingefordert worden ist. Es ist einfach auch sehr unglücklich gelaufen, diese Diskussion da im Rahmen des Mitgliederentscheids, die Diskussion über den ESM gleichzusetzen irgendwo mit Diskussionen über nationale oder europäische Orientierung. Deswegen möchte ich jetzt von dir noch mal ganz klar hören und wissen, also du bist kein Nationalist. Naja, also die Fremdzuschreibung soll man sich sowieso nie zu eigen machen. Und das ist insgesamt im Leben so. Also wenn man politisch engagiert ist, muss man sich mit Beleidigungen, mit Unterstellungen, mit Gerüchten, übler Nachrede offensiv persönlich auseinandersetzen. Sonst kann man in der Politik nie wirken. Und je höher die Ebene ist, für die man sich bewirbt, indem man tätig ist, sagen wir mal, umso härter geht es in jeder Partei, da ist die FDP keine Ausnahme, zur Sache. Wer das nicht abkann, der hat da aus meiner Sicht nichts verloren. Das ist kein Ponyhof, das ist keine Spielwiese, das ist kein Sandkastenspiel. Da sind persönliche Karrierewünsche, taktische, strategische Überlegungen spielen eine wesentliche Rolle. Und da werden Argumente eben genommen, instrumentalisiert, um Menschen in eine bestimmte Richtung zu drängen. Und so läuft das. Und da muss man argumentativ entgegenhalten können oder man kann es nicht. Ich bin der Meinung, wir müssen uns kritisch fragen, für unseren zukünftigen EU-Kurs, auch für unsere Kernwähler, ob wir, nur weil es die EU ist, einer weiteren zentralstaatlichen Gewalt, einem Gewaltmonopol in immer mehr Politikbereichen, das Wort reden. Die FDP hat sich immer als subsidiärer Kraft verkauft, bei jeder Parteivorsitzende in der Geschichte der FDP. Wir stellen immer kritische Fragen nach dem staatlichen Gewaltmonopol, so wie wir alle Monopole hinterfragen, auch Unternehmensmonopole. Das ist ja auch im Rahmen Ludwig Erhards, der sozialen Marktwirtschaft. Auch so ein bisschen in den Hintergrund gerückt in den letzten Jahren, ne? Ich würde sagen, das vermisse ich. Ich halte es damit, Otto Graf Lambsdorff, der 1997 dem Maastricht-Vertrag nicht zustimmen konnte im Bundestag, mit der Begründung, dass wir Italien und Belgien aufnehmen, deren Verschuldung nicht den Regeln des Maastricht-Vertrages entsprach. Und er hat gesagt, das schaffen die nie. Das wäre mehr als ein Wunder. Und die Entwicklung hat leider gezeigt, dass Otto Graf Lambsdorff, unser Ehrenvorsitzender, recht behalten hat. Wer aber jetzt sagt, dass ordnungspolitisch denkende Menschen nicht auch Bürgerrechtler wären, dem würde ich entgegenhalten, dass Otto Graf Lambsdorff gegen die Terroristengesetze gestimmt hat in den 70ern als wesentliche, nicht zu tolerierende Eingriffe in die Freiheitsrechte der Bürger. Man sieht also, dass Rechtsstaatlichkeit, ordnungspolitische Denkrichtung, Maßstäbe, die man setzt an die Programmatik und eigenes Handeln, überhaupt kein Widerspruch ist. Und so ist diese Links-Rechts-Diskussion in der FDP auch nicht zielführend. Also diejenigen, die sich in der Tradition von Eugen Richter, Ludwig Bamberger, befinden, waren in den 1890ern, 1880ern Linksradikale. So hat man die bezeichnet. Das waren die fortschrittlichen, nicht-Nationalliberalen. Dieses Links-Rechts-Denken, das täuscht nur. Das ist für eine FDP, für uns überhaupt keine politische Kategorie, sondern unser Denken richtet sich aus, aus dem Verhältnis von Individuum und Staat. Und ich würde sagen, wir müssen überdenken, wie etatistisch wir im Rahmen der EU-Politik denken wollen, wie viel Gesetzgebungskompetenz wir dem Rat, der Kommission oder dem im wesentlichen Teil nicht fundierten Gesetzgebungskompetenzen des Parlaments geben. Wir müssen mal die Frage stellen, bei der EU-Wahl hat nicht jeder Wähler das gleiche Stimmrecht. Es gilt bei der EU-Wahl One Man, One Vote nicht. Sondern es gibt Länder, in denen der Wähler das zehnfache Stimmrecht hat. Also die Gegensäte... Das sind aus meiner Sicht doch wesentliche, urdemokratische Fragen, die aufgeworfen werden müssen. Und da reicht es nicht zu sagen, Europa hurra, oder du bist ein Nationalist, wenn du wesentliche Fragen europäischer Verfassung aufwirfst. Sondern, ich sage vorurteilsfrei, diese Debatte mal führen. Und die eben herrschaftsfrei führen. Und nicht mit einem vorgegebenen Antrag, nur weil wir sagen, wir sind nicht in der Lage, das zu ändern. Wir müssen uns jetzt fragen, ESM wird für die Banken geöffnet, über die ELA-Mittel der EZB. Ja, was heißt denn das für uns? Wir waren immer gegen die Rekapitalisierung der Banken über den ESM. Das machen wir jetzt aber. Also dann, wenn wir sagen, auch die einen waren für EFSF, aber nicht für die Verstetigung. Bundeswahlprogramm war, dass der ESM auf Sicht auslaufen soll im Mai diesen Jahres. Also da finden wir doch Anknüpfungspunkte. Selbst wenn die Fronten verhärtet waren beim Mitgliederentscheid, wo wir gemeinsam eine Linie finden können. Und das wäre auch mein persönlicher Anspruch. Ich beharre nie darauf, dass meine persönlichen Haltungen, auch wenn ich sie persönlich für fundiert halte, angenommen werden. Also die Gegensätze sind da in der Europadiskussion also nicht national oder europäisch, sondern zum Beispiel eher, wie dezentral soll Europa oder wie zentral. Wettbewerblich. Also wollen wir Steuerwettbewerb zulassen? Die FDP, unsere Haltung ist, auf jeder Ebene Steuerwettbewerb zuzulassen. Das war unser Steuerkonzept, beruhte darauf, dass zum Beispiel Gemeinden Steuerzusätze erheben können statt der Gewerbesteuer. Das war ein wettbewerbliches Element, so wie wir es heute bei den Grundsteuern auch haben. Den Grundsteuerhebesatz können die Gemeinden. Da sagen wir immer, Wettbewerb, derjenige, der sich anstrengt, soll mehr davon haben. Die, die sich in Städten mit weniger Grundsteuern niederlassen, sollen einen Vorteil davon haben. Aber in der EU reden wir nur noch von Harmonisierung, von dem Entfernen von Wettbewerb. Wenn aber die gesamte EU in eine falsche Richtung tendiert, wir haben quasi null Wachstum, extrem steigende Arbeitslosenquoten, dann muss die Frage erlaubt sein, ist die EU, ist die Eurozone im Ganzen wettbewerbsfähig? Was müssen wir alles vorschreiben? Und wenn wir alles vorschreiben, können wir sicher sein, dass die Zentralverwaltung, die Zentralregierung in Brüssel auch tatsächlich die richtigen Entscheidungen trifft. Und was machen wir, wenn die gesamte Zone in eine völlig falsche Richtung marschiert? Dann kann kein Staat ausscheren, wenn wir alles der Zentralregierung überlassen. Deswegen ist unser wettbewerbliches Modell als FDP, was wir eigentlich im Grundsatz immer betonen, aber nicht im Konkreten durchdeklinieren. Denn wenn wir es durchdeklinieren würden, dann müssten wir auch eine andere EU-Linie haben. Ich finde ohnehin, bei der Europa-Wahl am 25. Mai stimmen wir nicht, wie ich das bei den Julis gesagt habe, über die Verschiebung der eurasischen Platte gegen irgendwas ab, sondern wir wählen ein EU-Parlament. Und wir sagen nur Europa-Wahl, weil bei den Menschen die EU schon so durch ist, einen so schlechten Ruf hat, dass wir im Neusprech Europa nicht mehr, also die EU nicht mehr EU nennen, sondern nur noch Europa. Das ist aber eine nicht zulässige Gleichsetzung. Denn noch gibt es Norwegen, die Schweiz und andere Länder, die nicht Bestandteil der EU sind. Also die Frage ist nicht Europa oder nicht Europa. Das ist gar nicht die Frage, sondern die Frage ist, wie soll Europa sein? Und wie führen wir da einen differenzierten Diskurs darum und eine differenzierte Debatte? Ist das so richtig? Ja, und wir müssen uns eben bestimmten veröffentlichten Meinungen dann kritisch auseinandersetzen, dass wenn wir unsere EU-Politik, unsere Richtung mit kritischeren Untertönen, mit konkreten Forungen sozusagen fundiert aufladen, dann wird man natürlich schreiben in der Zeit, in der Süddeutschen, 40 Prozent der Journalisten sind Grünwähler, wir würden jetzt umschwenken, ein europakritischer Kurs wurde einhalten, wir wollten die AfD-Leute wieder zurückhalten. Und dieser medialen Entrüstung, die uns dann entgegenschlägt, der müssen wir offen entgegentreten. Und das gelingt nur dann, wenn wir bereit sind, diesen vorurteilsfreien, herrschaftsfreien Diskurs den Medien nicht nur jetzt im Dezember, sondern auch zur Nominierung der EU-Wahlliste im Januar offen, transparent, nachvollziehbar den Journalisten, die anwesend sein werden, zu transportieren. Nur dann gelingt es, diesem Verunglimpfungspotenzial, dem man dann ausgesetzt ist, zu begegnen. Und wir sehen ja schon die Große Koalition, Herr Schulz sagt ja schon, ja, wir müssen uns um die Subsidiaritätsfrage auch kümmern. Das wissen Union und SPD auch, dass es auch für sie in Waterloo geben kann, am 25. Mai. Und die ändern ja ihren Narrativ jetzt schon. Schon beim ersten Treffen der Koalitionsverhandlungen zu den Europathemen wurde das als Narrativ schon geliefert. Die wissen auch, dass wenn sie es in der Erzählung, in der Erzählweise nicht ändern, die Wähler sie abstrafen werden, denn die Zustimmungswerte für die EU sind ein Desaster und zu Recht. Was gehen sie Glühbirnen an, Staubsauger, welche Leistung sie aufwenden, Toilettenspülungen, die begrenzt werden sollen, wo Millionen von Fördergeldern verschwendet werden. Die EU in dieser Form findet keine Zustimmung mehr. So, aber bevor wir jetzt hier den ganzen EU-Wahlkampf durchgehen, kommen wir nochmal zurück auf die Kandidatur zum Bundesparteitag. Da müssen wir dann doch wirklich, glaube ich, nochmal ein extra Interview machen und das mir alles ein bisschen vertiefen, was die EU-Politik angeht. Also Aussage war jedenfalls ganz klar, keine anti-europäischen Aussagen, keine nationalistischen Aussagen von deiner Seite, sondern eben die Frage, wie soll die zukünftige EU aussehen. Tja, also um es mit den Worten des Chefberaters des Finanzministeriums, des wissenschaftlichen Beirates zu sagen, der Euro ist auf dem besten Wege, das friedliche Miteinander in Europa maßgeblich zu gefährden. Und ansonsten, darüber haben wir leider nicht gesprochen, heißt an dieser Subsidiarität, an dieser Wettbewerbsfrage ausgerichtet, natürlich alle anderen Politikfelder auch. Ja, aber das macht doch auch nicht der Euro, sondern das macht die Euro-Politik, wie sie jetzt durchgeführt wird. Ja, doch, weil wir entgegen dem Rat der Ökonomen oder ökonomisch Gebildeten wie Otto Graf Lambsdorff nicht konvergierende Volkswirtschaften bei nicht vorhandener Arbeitsmigration integriert haben. Also wenn in den USA gibt es ja auch Gegenden, Bundesländer, Bundesstaaten, die enorm unterschiedliche Wirtschaftskraft haben. Da ist der Faktor 3, 4 zum Teil wahrnehmbar, so wie zwischen uns und Griechenland. Das ist aber bei den USA nicht das Problem, weil die Bevölkerung extrem mobil ist. Das Problem tritt erst auf, wenn wir sozusagen Arbeitslosenquoten wie in Griechenland haben mit 27 Prozent. Wir haben mit Österreich, Finnland, Niederlande, ich sage jetzt mal grob annähernd Vollbeschäftigung, jedenfalls in Bayern und Baden-Württemberg, in anderen Ländern auch, Bundesländern auch. Nur wenn die Arbeitskräfte nicht mobil sind, dann gibt es eben keinen Ausgleichsfaktor der Löhne, der volkswirtschaftlichen Ertragsfähigkeit und erst das wird das Problem. Die freien Kapitalmärkte sind für eine Währungsunion eine wesentliche Frage. Steuerwettbewerb gibt es in den USA auch. Da hat der Staat, der Bundesstaat wesentlich niedrigere Steuereinnahmen als die Länder. In den USA, die Bundesländer, in der Schweiz gibt es enorm unterschiedliche Einkommensteuerquoten. Das ist überhaupt nicht das Problem, sondern ein Schweizer ist mehrsprachig und wechselt. Aber ein griechischer Arbeitnehmer, ein Bauarbeiter, ein spanischer, wir haben enorme Bildungsunterschiede, was die duale Ausbildung angeht. Da ist Deutschland eine Ausnahme weltweit gesehen durch das alte Zünfte- und Gildewesen, das wir uns erhalten haben über der Jahrhunderte. Das gibt es in dieser Art nicht. Und sie sprechen unsere Sprache nicht. Und das ist das Grundproblem. Also die kritischen Fragen, die ich zu stellen habe, die die FDP auch beantworten muss, sind ausschließlich ökonomischer Natur. Und das scheint so zu sein, als dass das kein Win-Win-Geschäft ist, sondern es scheint so zu sein, dass jede Seite verliert. Auch die Frage, profitiert Deutschland vom Euro, empfinde ich immer extrem nationalistisch. Also das finde ich viel nationalistischer als meine, also wenn wir nämlich profitieren, müssten wir ja abgeben. Also diejenigen, die sich damit als Befürworter damit wussten, dass Deutschland profitiert, hieße ja, dass das auf Kosten anderer geschieht. Das ist eine extrem nationalistische Sichtweise. Jedes Mal, wenn ich die höre, sage ich, was für Nationalisten das sind. Ich möchte ja gar nicht als Land davon profitieren. Ich möchte, dass jeder in dieser Zone davon profitiert. Und manchmal sind die Argumente der Euro-Befürworter erheblich nationalistischer als die der Kritiker. Die Frage würde ich auch mal gerne auf dem Parteitag der FDP mit den Mitgliedern diskutieren. Aber das ist nicht unser Kern. Unsere EU-Wahl am 25.04. ist nicht die Zielrichtung für den Wiederaufbau der Partei. Es gibt viele, die sagen, wir packen das nicht. Das sehe ich völlig anders. Wir schaffen das ohne Problem, wenn wir reflektiert über die Fehler der letzten vier Jahre diskutieren, auch bereit sind, uns zu entschuldigen, nachvollziehbar Lehren daraus ziehen, im persönlichen Stil der auftretenden Personen, in der Achtung vor den Wählern, in der Achtung vor der Basis. Dann halte ich es für fast unmöglich, dass wir nicht mehr in den Bundestag einziehen. Wir können den Menschen in Sachsen klar machen, das ist eine ganz tolle Politik, die die FDP Sachsen dort zum Beispiel macht. Unsere Stimme wird zwingend bei diesen staatsgläubigen Parteien dringend gebraucht. Und sollen die Menschen jetzt mal sehen, was in der Großen Koalition auf sie zukommt. Wir müssen nur unsere Versprechen zurücknehmen, nicht mehr sagen, wir schaffen das einfache, gerechte, niedrige Steuersystem. Wir haben uns da überhoben. Und das wird uns nicht nochmal passieren, sondern wir backen jetzt kleinere Brötchen, finanziell, personell, im Auftreten. Aber liebe Bevölkerung in Deutschland, schaut euch die Alternativen an und gebt uns die Chance eines Wiederaufstehens. Erstens, engagiert euch, tretet bitte in unsere Partei ein, engagiert euch vor Ort. Denn wenn wir das von unten nicht aufbauen, viele denken ja aus der Westerwelle ihrer, wir haben den Vortänzer, wir haben den Guru. Der hält super Reden, begeistert die Menschen und alle anderen drehen Däumchen und schauen sich das an. Gut, da waren wir eben schon mal dabei bei dem Thema. Also das wird zwingend notwendig, von unten die Basis zu aktivieren. Das ist auch etwas, was du im Auge hast. Die innerhalbparteiliche Kultur, die Diskussionskultur hatten wir angesprochen. Den Umgang miteinander, stilistische Fragen, das große Thema Europapolitik, über die wir uns heute unterhalten haben. Heute war ja erstmal ein Termin, wo wir dich überhaupt mal vorstellen wollten. Wir haben schon viel länger geredet und diskutiert jetzt miteinander, als wir das geplant haben. Ich möchte so langsam zum Schluss kommen. Eine Frage hatte ich mir noch aufgeschrieben zum Schluss. Welche Unterstützung wünschst du dir von der Parteibasis, also von den FDP-Mitgliedern? Also, liebe Mitglieder, wir hatten darüber gesprochen, in welcher Art und Weise, mit welchen formalen Voraussetzungen ich mich bewerbe als Bundesvorsitzender unserer FDP. Und dazu ist Ihre Mitwirkung notwendig. Sie müssen eben etwas Mühe, zwei Minuten, drei Minuten Zeit sich nehmen, ein Formular ausdrucken, was Sie unter www.freies-europa.eu finden, einer Internetseite, die von dir betrieben wird, und bitte für mich unterzeichnen. Denn je mehr unterzeichnen, umso stärker ist das Zeichen der Basis für eine wettbewerbliche Kandidatur, für einen Aufbruch von unten, für persönliches Engagement. Und wenn ich mich traue, gegen Herrn Lindner anzutreten auf dem Bundesparteitag, dann würde ich mir wünschen, dass Sie sich trauen zu unterzeichnen. Denn ohne Engagement, ohne eigene Initiative, wird der Staat für uns alles regeln müssen. Wenn Sie sich nur auf gewählte Gremien, auf nur die Menschen oben in der Nomenklatura verlassen, dann dürfen Sie sich hinterher nicht darüber beschweren, dass die Ergebnisse schlecht sind. Also den Mut zur eigenen Initiative, den möchte ich auch mit meiner Kandidatur setzen. Das mag man verunglimpfen können, das mag man witzig oder idiotisch oder verrückt nennen. Aber ich zeige Ihnen damit, dass ich bereit bin, dieses Verunglimpfungspotenzial auf mich zu ziehen. Und wie wenig Verunglimpfungspotenzial setzen Sie sich aus, wenn Sie für mich unterschreiben. Also ich glaube, da stehe ich dann mehr in der Kritik. Auch von gewählten Gremien. Und deswegen bitte ich Sie, dieses Formular auszufüllen und entweder zu mailen oder an die Kreisgeschäftsstelle zu faxen. Die Nummern und E-Mail-Adresse von mir steht drauf. Da wäre ich Ihnen sehr dankbar. Naja, das ist ja gelebte Subsidiarität. Subsidiarität, das heißt also Verantwortung tragen möglichst weit unten in der Hierarchie-Pyramide. Ja, also nicht alles nach oben, weil dann oben sich dieser Flaschenhals-Effekt irgendwann bildet. Dann können keine Entscheidungen mehr getroffen werden, weil einfach die Fragen zu viel sind für die wenigen Entscheidungsträger, die da oben sitzen. Also deswegen möglichst weit immer in der Hierarchie die Entscheidungsmacht nach unten geben. Das ist das Prinzip der Subsidiarität. Subsidiarität ist ein ganz altes, liberales Prinzip. Und das tun wir eben jetzt mal vor. Genau, und das möchtest du eben, forderst du ein oder da wünschst du dir Unterstützung. Natürlich können wir den Link zu dem Formular, was du eben schon angesprochen hast, unterhalb dieses Videos packen auf YouTube. Dann kann das auch jeder finden. Ansonsten findet man nämlich dich auf Facebook, Jörg Behlen. Freundschaftsanfragen wirst du ja noch, glaube ich, annehmen können. Oder hast du noch ein bisschen spieler? Es ist noch genug Platz. Suche meine Mitgliederunterschriften. Es ist bei beiden noch genug Platz. Gut. Also, Jörg, herzlichen Dank für das Interview. Wir haben länger geredet als geplant, aber ich glaube, das wird mal ganz interessant. Und ich wünsche dir alles Gute für deine Kandidatur. Finde das wirklich richtig gut, dass du das machst, damit es bei der Wahl eine Auswahl gibt. Und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Ja, zum Bundesparteitag spätestens. Oder am 1. Dezember kommt Herr Lindner auch nach Frankfurt. Ich glaube um 11 oder 12 Uhr. Da bist du auch herzlich eingeladen, auch mit der Kamera das eine Woche vor dem Bundesparteitag aufzunehmen. Das könnte ja spannend werden, wo Herr Lindner sich auch mit mir und Herrn Galuba den kritischen Fragen und auch dem eigenen Programm vorstellt. Das ist ja nicht weit hier entfernt. Da nehmen wir unsere Möglichkeiten ja auch wahr. Ja, muss ich mal schauen. Also erstmal herzlichen Dank. Alles Gute. Bis dahin. Danke dir. Danke Ihnen. Danke Ihnen.